guten morgen freunde willkommen zu einer neuen videoserie und zwar daily vlogs aus fucking video vlogs aus chatelle porticelle ich bin hier mit mark hier oben bedrunter gefahren heute nacht da hinten pennt der mark ziemlich deluxe auf dem parkplatz in chatelle und wir ballern hier eine woche rum und nehmen euch mal jeden tag eventuell mit wenn ich es schaffe viel spaß wir sind so langsam ready marky boy wir schroben jetzt rüber nach mausin direkt erst der tag let's go des tables ballern ja ich bin hier mit mir dennis So, schauen wir uns mal hier den neuen Spass an, die kannte ich noch gar nicht. Ah, scheiße, voll reingejagt. So, wo geht der Spass? Jetzt hier hin. Ganz schön oft, kennt man. Da kommt Löcher. Okay. Geht das jetzt alles einfach in eine straight line runter, oder? Hier runter. Geht sogar eigentlich, aber ich hab keinen Bock drauf. So, here we go. Ich bin gerade auf Mission. Das ist ja absolut ruttet hier. Das ist am Arsch. Junge, was ist denn hier passiert? Ein bisschen Rad surfen vom Allerfeinsten. Ich bin gerade auf dem Allerfeinsten. Das sieht mir nach einer Strecke aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefälle sehen könnt, aber es ist auf jeden Fall wild. Was geht denn hier ab? Kann mir doch keiner erzählen, dass der hier runter ballert. Da sehe ich sowas wie eine Kurve. Ich glaube, wir haben ihn bezwungen. Nicht so wunderschön, aber es war auf jeden Fall irgendwas. Solle, nach der Abfahrt hier von Super Mausin runter. Machen wir jetzt kurz Essen. Jetzt sind wir kurz in Mausin und gucken, ob wir noch irgendeine chillige Localein finden. Und dann geht es auch schon wieder zurück nach Châtel, weil wir da den letzten Lift nicht verpassen dürfen. Sonst kommen wir nicht mehr zurück zum Auto. Ansonsten war das heute am ersten Tag schon mal eine kleine Exkursion. Aber alles ist ganz entspannt. Dann schauen wir, was jetzt noch geht. Let's go! Yes, Sir! Wir machen uns auf der Suche bei einem Run, hier vielleicht irgendwas Geiles zu finden. Aber auch keinen blassen Schimmer. Da ging es schon irgendwie runter, Marc. Es geht schon wieder los. Aua! Alter, was eine Scheiße! Was eine Scheiße, Digga! Fahrt es nicht? Fahrt es nicht, Marc! Okay. Jo! Ich fahr nochmal runter. Doch, du kommst da außen rum. Wo treffen wir uns dann? Lonely Soldier, Luis, hier weiter. Auf Tour. Jo! Das ist ja geil, Mann! Jo! Das ist ja geil, Mann! Ich weiß nicht! Du kommst hier hin! Das ist ja nicht allein! Ich weiß nicht! Aber ich surf hier einfach mal lang. Da gibt es schon wieder alles am Arsch. So was geht ab Leute, wir sind jetzt wieder zurück in Chatel mit dem Ball, wie heißt du? Lenny. Er ist 12 Jahre alt und zieht mich jetzt erstmal die Winkline runter. Ich bin die noch nicht gefahren und Case erstmal alles hinterher. Aber der Boy sendet da denke ich drüber. Sagen ab geht's. Let's go. Let's go. Mal rein. Danke. Ja. Oh. 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 vinster des Todes. Oh. Ant pos lue Kompression hier. What the hell. Alter. Ja! Ja! Wtf! Hier wieder! Ich zieh den eiskalten Trippel! Als wärs nix! Der kommt so gut! Der ist komplett insane, Alter! Danke! Der Trippel, Mann! Am Anfang muss man immer wegbrennen, als ich es nur nicht kannte. Aber... Alter, ich bin gerade zum ersten Mal oder überhaupt überall drüber. Komplett rumgecased und Dead Sailor gemacht. Das geht gut in die Arme! Das geht brutal ab! Welchen Arm? Ab gehts! Absoluter Friweiler, der Boy! So, was machen wir hier? So, was machen wir hier? Oh, shit! Das ist eigentlich verschissen! Ew! Oh, Digger! Abziehen! Wohin? Alter! Yo! Er sagt einfach nur Abziehen! Alles klar! Yo! Oh! Alles gut, oder? Ja! Oh! Oh! Alter! War das knapp! Alles gut? Ja, alles gut! Jürgen, das war richtig knapp, dass du doch... Auf die Straße! Guck mal, mein Junge! Ja! Gut, er hier hin! Oh! Huh! Hoppla! Nice, Mann! Nenni, ich danke dir fürs Guiden. Folg dem Boy auf Instagram, atlandybike. Hau rein, das war's von heute. Ciao, ciao!